So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 3. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns nochmal einen Blick auf die Märkte gönnen. Heute am letzten Handelstag der Woche, erster Freitag des Monats, das heißt es ist mal wieder soweit. Heute stehen die Non-Farm-Payrolls an, die Arbeitsmarktzahlen in den USA, die über lange Zeit mal sehr viel Volatilität begünstigt haben, dann so ein bisschen begann ins Hintertreffen zu rücken und jetzt wieder interessant werden, denn sie eventuell sind in der Lage, sind sie in der Lage Volatilität zu begünstigen, ausgehend eben von überraschenden Prints. Erwartungshaltung dann im Hinblick auf eben den restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der FED, der ja durch die Aussagen von Jay Powell zu Beginn der Woche von dem US-Kongress nach letzter Woche, dem Auftreten der Omikron-Variante, dann dieser Covid-Mutante und dergleichen aufgekommen sind, für etwas tatsächlich Verwirrung gesorgt haben. Denn erst hieß es seitens Paul noch am Montagabend, wir haben hier in diesem Zusammenhang ja ein Umfeld, in welchem wir nicht wissen, wie sich das auf die US-Wirtschaft beispielsweise auswirkt. Infolgedessen könnte dann ein entsprechend expansiverer geldpolitischer Kurs vonnöten sein, trotz des jetzt in Aussicht gestellten Tapers und das hat sich dann auch gleich in den Zinserwartungen eben wiedergespiegelt. Wir haben hierzu immer das FedWatch-Tool, auf der Heranziehen, die Erwartungshaltung bezüglich eines restriktiven geldpolitischen Kurses nahm deutlich ab und plötzlich am nächsten Tag kam dann die Aussage, dass man in dieser Konstellation in Folge der Inflation, die angezogen ist, sehr deutlich und dass man das auch wahrnimmt und dass man auch das Wort transitory, also vorübergehender Anstieg der Inflation, dass man das jetzt hier herausnehmen sollte, weil es plötzlich ganz überraschend kam, dass dieser Inflationsdruck, der sich dort aufgebaut hat, eben nicht vorübergehend ist. Und das hat dann dazu geführt, dass man eben hier plötzlich Worte von Paul hörte, die ganz und gar nicht mehr expansiv oder dobbisch klangen, sondern eher in Richtung hawkisch ging. Und dann eben, Tim, hier der Gedanke formuliert wurde sogar seinerseits, dass es hieß, naja, man könnte sogar erwarten, dass auf dem nächsten Fed-Meeting dann, welches dann hier stattfindet, in zwei Wochen, also letzten Mittwoch, vergangener Mittwoch, am 1.12., zwei Wochen drauf, also am 15., dass man dort dann eventuell sogar ganz klar kommuniziert, dass man sogar schneller die Anleiheaufkäufe zurückführt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Infolgedessen werden die Arbeitsmarktzahlen wahrscheinlich in die Richtung interpretiert werden, dass man sehr plump sagen wird, und besser als erwarteter Datensatz würde diese eher hawkische These vor dem US-Kongress präsentiert zu Beginn der Woche, eher befeuern, oder ein schwächerer Arbeitsmarktdatensatz, der könnte dann eher Spekulationen begünstigen, wonach man eher, ja, eine Diskussion vielleicht führt hinter verschlossenen Türen, aber nichtsdestotrotz keine weitere Anpassung hinsichtlich der Geschwindigkeit der Reduktion der Anleiheaufkäufe eben hier thematisiert. Also, das ist das, was uns heute bewegen wird, wahrscheinlich im global-makroökonomischen Kontext. Wir werden natürlich auf den DAX werfen, in dem Zusammenhang auch Aktien-NEC ist im Blick auf den Nasdaq, im Blick auf den S&P. Einzeltitel lohnt sich sicherlich im Blick auf die gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen von Doku-Sign. Doku hat mehr als 30% Abschläge gesehen, weil die dann eine ebenfalls weniger gute Guidance ausgegeben haben, also diese nach unten revidiert haben tatsächlich, Growth-Titel, der innerhalb des Stay-at-Home-Zuhause im Bleiben tatsächlich sehr stark Gewachstumsraten gesehen hat und jetzt diese enttäuscht oder nicht weiter erfüllen kann, nicht mehr so stark weiter wächst. Das reicht vielleicht schon an der Stelle aus. Wir schauen noch mal kurz auf Snowflake an dieser Stelle, vielleicht ein potenzieller Kandidat für ein Second-Day-Play. Ja, Gold natürlich im Zusammenhang mit Zinsen, global-makroökonomisch auch im Blick. Also, die Agenda ist wieder packed, bevor wir offiziell starten. Hier zunächst einmal der Risikohinweis. Die Visen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko eingehen, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, machen wir uns zunächst mit dem vertraut, laden Sie sich dann eine Deo runter auf markets.com.de, kostenlos und vor allem risikofrei, testen Sie den Handel, wenn man dann feststellt, der Handel eignet sich für einen, ist der Weg zum Live-Konto über markets.com ebenfalls zügig gemacht. Weitere Informationen zur Produktpalette über CFDs und Erwägsprodukte auch hinaus. Invest-Lösungen, physische Aktien, ETFs und dergleichen findet man ebenfalls auf der Webseite. Gerne auch eine E-Mail an Elena schicken für weitere Rückfragen. Mich gerne kontaktieren unterhalb dieses Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, mit Fragen rund um Märkte, beziehungsweise Parallelen, Einschätzungen oder beziehungsweise Einschätzungen, die vielleicht komplett konträr sind und dass man sagt, ich sehe das komplett anders, gerne auch jetzt die Möglichkeit hier während des Livestreams in der Chatbox nutzen. Gerne auf meiner Webseite vorbeischauen.com.de, trading.com.de, da ist immer jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo man sich entsprechend mit mir austauschen kann. Schaut gerne in dem Zusammenhang auch in der Discord-Community vorbei, die haben wir ebenfalls aufgesetzt. Link dazu stelle ich gleich noch ein. Was haben wir noch? Twitter haben wir natürlich, wir haben E-Mails, also wir haben definitiv die Möglichkeit hier miteinander in Kontakt zu treten. Würde mich freuen von euch da diesbezüglich zu lesen. Hier einmal die MarketsX-Handelsplattform, die wir nutzen wollen, um hier unsere Ausführungen mit Leben zu befüllen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob alles gut gestreamt wird. Hier schaut es sehr gut aus. Oh, jetzt sehe ich gerade. Hier sollte ich vielleicht nochmal ganz kurz zwei Tabs aufmachen. Also, und zwar im Hinblick auf die einzustellenden Links, von denen ich gerade sprach. Und da ich das noch nicht aufgemacht habe, so, ist natürlich hier notwendig, dass ich Guten Morgen schreibe. Das ist die Chatbox, also da kann man die Frage stellen. Guten Morgen, Traders. So, dann stelle ich einmal den Link hier zur Discord-Community ein. Einen Moment, den kopiere ich hier einmal raus. Also, da gibt es gleich dann auch anknüpfend an die Ausführungen, besonders zu den Einzeltiteln, also Doku und Snow, werde ich heute Nachmittag zum US-Handel entsprechend eben dort noch Gameplans einstellen. Die habe ich schon tatsächlich vorbereitet. Ich habe es aber noch nicht weiter fortgeschrieben, beziehungsweise geteilt an dieser Stelle. Das kommt noch. Und ergänzend dazu vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, übers Wochenende, gestern ist ein Tutorial eingelaufen mit einem Thema, was wahrscheinlich für jeden von uns hier relevant ist, was bis jetzt auch ein sehr, sehr gutes Feedback schon bekommen hat, nämlich Angst im Trading. Das ist ein neues Tutorial bei mir im Kanal. Zack, was hier eingelaufen ist, was ihr euch gerne mal anschauen könnt in diesem Zusammenhang. Ich habe dort nicht nur das Thema Angst grundsätzlich, wie die entsteht, warum sie entsteht im Trading, eben zum Thema gemacht, das mal ein bisschen versucht, ansprechender in Anführungsstrichen zu machen, beziehungsweise zu erklären, sondern auch, welche Strategien gegen Angst im Trading helfen. Also, das bedeutet etwas anderes. Da kann man tatsächlich Techniken entwickeln für sich selber, die dann eben in der Lage sind, diese Angst im Trading deutlich zu reduzieren. Also schaut euch das Video gerne an. Auch hier gerne Feedback dalassen, entsprechend Kommentare. Ich habe hier noch dazu, also im Tutorial selbst, das ist vielleicht noch für den einen oder anderen interessant, man hat zwar hier immer die Links, auch entsprechend eben, was macht einen erfolgreichen Trader aus und so weiter. Auch diese Headspace-Meditations-App zum Beispiel, die ich zum Thema mache. Aber ich habe dann festgestellt, ich habe vergessen, hier einen Buchtitel reinzusetzen, den ich im Tutorial erwähne. Und zwar ist das von Carol Dweck. Das Buch, der deutsche Titel davon ist Selbstbild. Ich habe hier zwei, also Growth Mindset, beziehungsweise Mindset heißt das Buch ausschließlich im Englischsprachigen. Da hat man hier den Link, das ist das Original. Und dann gibst du die deutsche Version dazu, Selbstbild. Ich habe die zwei Links noch mit eingefügt. Wichtig in dem Zusammenhang ist, oder was heißt wichtig? Ich habe die englische Version gelesen, ich weiß nicht, wie gut die deutsche Übersetzung ist. Also Fixed Mindset und On Growth Mindset. Der eine oder andere ist vielleicht, besonders wenn er englisch ein bisschen firm ist, hier mit der englischen Version besser aufgehoben. Aber wie gesagt, also Deutsch und Englisch sind beide jeweils hier als Links noch verfügbar. Also wer sich wundert, wo man da dieser Titel eben von Carol Dweck findet. So, das also zu dem Tutorial, was ihr ja wie gesagt gerne euch über das Wochenende anschauen könnt. Feedback gerne da lassen, gerne Like da lassen, meinen Kanal abonnieren. Wir wollen uns jetzt allerdings hier einmal dem DAX widmen. Und grundsätzlich bin ich jetzt zunächst einmal tatsächlich short, aus rein technischer Perspektive, für den aktuellen DAX-Verlauf. Ich hatte gestern ein verhältnismäßig bullisches Bild skizziert gehabt eigentlich. Es war alles in allem auch dahingehend positiv, weil die 15.000 hat relativ zügig zurückgearbeitet werden können, nach den Abschlägen, die wir am letzten Freitag, beziehungsweise dann auch nochmal sich beschleunigend gezeigt, gesehen haben. Ich gucke mal ganz kurz. Dienstag war es tatsächlich, das war gar nicht, das war gar nicht. Montag war ein relativ ruhiger Start in den Handelstag. Und dann kamen eben hier diese Kommentare von dem Moderna-CEO, Bouncel, der eben sagte, naja, die Impfstoffe, die werden wahrscheinlich nicht funktionieren, jetzt in Bezug auf diese Omikron-Variante und dergleichen. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt erste Fälle auftreten sehen, zum Beispiel in den USA, in New York, die dann ebenfalls vielleicht auch mit dazu beigetragen haben, dass da mehr Volatilität aufgekommen ist. Also zumindestens fühlt man das jetzt so ins Feld, in Bezug auf dieses Muster, was man im S&P hat die letzten Tage mal so ein bisschen erkennen können. Da war es so, dass die europäischen Indizes sich verhältnismäßig stark präsentiert haben, also hier zum Beispiel im Falle des DAX, nachdem wir diesen Flush auf der Unterseite gesehen haben nach den Kommentaren, sind wir recht solid in den Tag gestartet, waren dann in der Lage, zum Beispiel hier auf der Intraday-Ebene auf 5-Minuten-Basis den EMA50 zurückzuerobern und hatten dann schon eine sehr deutliche Korrekturbewegung eingeleitet. Dann kamen die Kommentare von Jay Powell in Bezug auf Omikron und dergleichen. Das lässt sich hier noch aus dieser Perspektive argumentieren. Dann gab es wieder eine Erholungsbewegung, die uns sogar auf höhere Hochs, deutlich höhere Hochs, im Bereich bis 15.500 Punkte während des europäischen Handels geführt haben, nur um dann hier am Mittwoch diesen Push nochmal auf der Unterseite zu sehen zu bekommen. Das vielleicht war dann getragen eben durch auftretende Omikron-Fälle und wir haben dieses Muster eben jetzt diverse Male zu sehen bekommen. Also mindestens zweimal, beziehungsweise gestern gefühlt dann auch so ein bisschen jedenfalls bei diversen Einzeltiteln, dass wir nach initialen kurzen Aufschlägen in den Nachmittag hinein wieder deutlichen Abgabedruck gesehen haben. Und das ist eben etwas, das zeigt so ein wenig, dass das derzeit zumindest in den US-Märkten ein bisschen Sand im Getriebe ist. Der DAX kann sich aber dennoch verhältnismäßig stabil in diesem Zusammenhang präsentieren. Also ich bin erstaunt, wie relativ stark und widerstandsfähig sich der DAX im Hinblick eben auf diese US-Schwäche oder US-Aktienmarktschwäche präsentiert, beziehungsweise auch, wie sich der DAX widerstandsfähig präsentiert im Hinblick auf die jetzt verabschiedeten Regeln beispielsweise, die auch von einer gewissen politischen Unsicherheit, so möchte ich es mal vielleicht formulieren, eben sicherlich sprechen. Lockdown-Sorgen, die sind jetzt so ein bisschen ad ad da gelegt, aber im Endeffekt ist es eigentlich nur anders genannt. Gefühlt jedenfalls, was wir dort zu sehen bekommen. Und ganz besonders der Einzelhandel, der dürfte durch die jetzt verabschiedeten Maßnahmen, die wir ja schon seit geraumer Zeiten in diversen Bundesländern sehen, also hier in Berlin ist sowieso nichts Neues, ehrlich gesprochen. Wir haben gefühlt die striktesten Regeln, die es überhaupt gibt, nicht, dass ich immer dran halten würde, aber nichtsdestotrotz, also das sind immer dann so Aufschreie, die in den Medien kommen, die man dann immer so ein bisschen einordnet, wo man dann nämlich feststellt, dass eigentlich Berlin dort diesbezüglich, also für mich beispielsweise oder generell für Berliner ändert sich da nicht viel, diese 2G-Einzelhandelsregelung, die gab es auch schon vorher. Worum es aber hauptsächlich geht in diesem Zusammenhang ist eben, dass das langfristig nicht nur gesellschaftliche Auswirkungen haben wird, sondern mit Sicherheit auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und bis jetzt ist man vielleicht in der Lage gewesen, den besonders Kollaps, dann auch des Einzelhandels noch abzufedern, durch entsprechende Hilfszahlungen und dergleichen. Aber ich befürchte, dass über kurz oder lang sich hier herauskristallisieren wird, dass eine Kaskade von Zahlungsausfällen, die sich ja schon zeigt, die wird nur nicht in den Medien breit gespielt, aber einsetzen dürfte, die dann auch entsprechend, dann früher oder später, auf den europäischen Bankensektor, also den deutschen Bankensektor eben entsprechend als Geldgeber, die dann sich eben mit horrenden Zahlungsausfällen entsprechend konsultiert sehen werden, entsprechend eben hier die Bilanz zeigen wird, dass die eventuell sind, diese nicht abzufedern und das dann eben auch zu Verwerfungen im Bankensektor führen könnte. Das in Aussicht, muss ich sagen, ist etwas, wo ich aber dennoch jetzt hier sehe, dass der DAX darauf verhältnismäßig entspannt reagiert. Also eigentlich ist das schon ein Thema, was wie so ein Damokgeschwert, wie so ein Schatten seit der raumer Zeit eigentlich über den Markt schwebt. Also wirklich neu ist das nicht, aber nichtsdestotrotz, ich finde erstaunlich, dass wir jetzt, wo die Unterstützung seitens der US-Märkte so ein bisschen versiegt, also ich will das allerdings alles ein bisschen relativ sehen, also wir sind immer noch auch im US-amerikanischen Aktienmarkt eben verhältnismäßig stark beziehungsweise für das Jahr 2021 tief im grünen Territorium. Das ist immer noch ein Maximalsturm im Wasserglas, den wir dort sehen. Wir werden da gleich auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Und ich denke auch, dass das so eine Korrektur gerade, ich sag mal, gesund anmutet. Aber was ich eben erstaunlich finde ist, und da kommt dann eben die Brücke zum DAX geschlagen, was ich erstaunlich finde ist, dass der DAX eben auf diese jetzt kurz, durch dieses Luftablassen oder diese Korrekturbewegung, die wir dort eben zu sehen bekommen, dass der DAX sich darauf immer noch sehr, sehr stabil präsentiert. Und jetzt haben wir allerdings, so, und jetzt haben wir allerdings Intraday das erste Mal so ein Anzeichen, wo ich sage, übergeordnet bin ich zwar positiv, aber Intraday sieht das jetzt nicht besonders gut aus, durch eben nicht nur die deutliche Haltung unterhalb des EMA50 hier, sondern auch, dass wir übergeordnet hier oben auf Stundenbasis es nicht schaffen, die 15,450, 15,500 der Region zurückzuerobern, beziehungsweise keine Anstalten das jetzt gemacht haben, diese Abwärtstrendlinie zu brechen, die dann zeigen würde, ja, der Boden ist wirklich drin. Was nicht ist, kann definitiv noch werden, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was beunruhigend ist und wo wir dann vielleicht in den Folgestunden auch entsprechend, vielleicht nochmal mit entsprechendem Abgabedruck, den wir in den US-amerikanischen Aktienindizes heute Nachmittag vielleicht zu sehen bekämen, dass das eventuell dann nochmal eine Attacke auf die mindestens 15.200 der Region nach sich zieht, beziehungsweise, wenn wir diesen Bereich dann hier rausnehmen um 15.2, dann nochmal sogar eine Attacke auf die 15.000 initiieren könnte. sollte man durchaus auf dem Schirm haben und ist infolge eben der aktuellen Vorstellung hier im DAX durchaus denkbar, dass solch ein bierisches Kurs im Szenario sich dann herauskristallisiert. Positiv Bullish würde ich wirklich erst mit einem Bruch hier, also kurzfristig Bullish, wenn wir jetzt nicht nur neue Tageshochs markieren, sondern nach Möglichkeit dann auch in diesem Zusammenhang die 15.500 der Region rausnehmen. Ob es dazu diesen Wochenschluss hinein reicht, müssen wir mal abwarten. Ja, die Non-Farm-Payroach stehen an und ich will das mal ganz kurz hier zeigen, mit Trading Economics habe ich das schon vorbereitet. Die Non-Farm-Payroach stehen an, Erwartungshaltung liegt bei 550.000 neu geschaffenen Stellen, ex agrar. ADP-Zahlen, die schon am, jetzt muss ich kurz überlegen, ja vorgestern, genau, am Mittwoch veröffentlicht worden sind, haben leicht, oberhalb der Erwartung gelegen, sind bei 534.000 ausgegeben worden, hier mit 525.000 erwartet. Zuvor sind die Zahlen nach oben revidiert worden. Ich gucke mal ganz kurz, Konsens, Previous, nee, obwohl, ja, nee, marginal nach oben revidiert worden, das ist, nee, nicht leicht nach unten revidiert worden, das war der Print, 571.000, 570.000 Previous, also man sieht hier, das ist eine Differenz von 1.000 Stellen, allerdings ist die vernachlässigbar, also das heißt, das ist im Bereich revidiert worden. Aber, also, zurückkommt, wie gesagt, ADP-Zahlen, wir wissen, die sind positiv korreliert zu den Non-Farm-Payrolls, wie erwartet, veröffentlicht worden, ist eine verhältnismäßig solide Performance am Arbeitsmarkt, die man hier ausmachen kann, das heißt also, ein Print hier im Bereich eben um 550.000 plus minus, 30.000 neu geschaffene Stellen extra gerar, wäre etwas, wo ich sagen würde, da ist nicht besonders viel Volatilität zu erwarten. Interessant würde es, wenn wir einen Print zu sehen bekämen, der deutlich unter der Erwartung liegt, also auch unter 500.000 hier an dieser Stelle veröffentlicht würde. Erstens, weil das überraschend käme im Zusammenhang mit den soliden ADP-Zahlen, aber besonders auch deswegen, weil es eben die Wahrscheinlichkeit reduzieren würde, dass ein restriktiver Geldpolitischer Kurs eine Option darstellt, dann herausgehend aus den Diskussionen, die ja angeblich hinter verschlossenen Türen im Hinblick auf einen schneller als erwarteten Taper jetzt stattfinden sollen, so wie jedenfalls von Jay Powell vom US-Kongress kommuniziert. Denn ein schwächer Arbeitsmarkt an der Stelle würde nämlich hier zeigen, dass mehr geldpolitische Unterstützung seitens der FED erwartet wird. Also nicht, dass ein Datensatz an der Stelle den Kohl fett machen würde, aber es ist zumindest mal etwas, was hier die Wahrscheinlichkeit eines zu stark restriktiven geldpolitischen Kurses oder einer deutlichen Beschleunigung der Anleiheaufkäufe, die jetzt im Monatszyklus um 15 Milliarden reduziert werden sollen, dass das wirklich aggressiv vorangetrieben würde. Also das ist eine sehr interessante Konstellation, auch deswegen, weil dann wiederum auf der Kehrseite natürlich steht, wenn wir hier einen schwachen Print zu sehen bekommen, wenn ganz besonders, dass es auch einen sogenannten Uptick in der Unemployment Rate gibt, also in der Arbeitslosenquote, die ja eine deutliche Beschleunigung auf der Unterseite gesehen hat und wo wir auch weiter erwarten, dass diese Arbeitslosenquote entsprechend sich weiter abwärts bewegt, sollten wir in diesem Zusammenhang hier sehen, dass es auch einen Uptick gibt, also weniger neue Stellen extra gerade geschaffen werden, die Arbeitslosenquote einen Uptick nach oben sieht. Zeitgleich dann, da kommt eine andere Komponente noch ins Spiel, und zwar zeitgleich, ich gucke mal ganz kurz, die durchschnittlichen Stundenlöhne, Average Hourly Earnings, hier, ich gucke mal, dass es auf Monatsbasis, es hier einen deutlichen Uptick geben, also das heißt, die Leute aber mehr durchschnittlich Geld verdienen, dann haben wir plötzlich eine Konstellation, aus der Pessimisten sehr wahrscheinlich zügig ein stark inflationäres Umfeld skizzieren. Also sprich, die Leute haben mehr Geld in der Tasche, beziehungsweise die Preise an dieser Stelle sind weiter zu erwarten, dass sie steigen. Die Unternehmen geben mehr Geld aus für ihre Arbeiter, das ist dahingehend nachvollziehbar, weil wir ja einen Fachkräftemangel, glaube ich, nennt man das dann, beziehungsweise einen Arbeitskraftmangel generell aktuell verzeichnen. Also die Job Vacancies hier an dieser Stelle, die Job Vakanzen, die offenen Stellen, die besetzt werden müssen, die haben absolute Allzeithochs erreicht. Hier, das hatten wir ja, gab es schon deutlich eine Rücksetze im Laufe der letzten Monate, beziehungsweise hier Job Offer, da kann man es noch ein bisschen besser, glaube ich, erkennen. Das konsolidiert aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Also diese offenen Stellen, die es zu besetzen gilt, die besetzt du nur an dieser Stelle dadurch, dass du eben besonders attraktivere, höhere Löhne zahlst. Das würde sich dann bemerkbar machen, auch mit Sicherheit auch vielleicht in einem Uptick hier in den Average Hourly Earnings. Das wiederum bedeutet aber auch, damit die Unternehmen weiter profitabel sind oder die Gewinnmargen konstant bleiben, dass die entsprechenden Endprodukte teurer würden im Preis. Das ist also inflationstreibend. Und wenn du zeitgleich siehst aber, dass du weniger Stellen exagrar eben geschaffen hast, also der Arbeitsmarkt eher abkühlt an dieser Stelle, dann hast du eine Konstellation, bei der man durchaus den Schluss ziehen könnte, dass wir eher in eine trübe wirtschaftliche Zukunft blicken, ein stark inflationäres Umfeld also kommen, wo zeitgleich nämlich nicht nur eine staktilende Wirtschaftsleistung, sondern zeitgleich auch die Inflation eben in einen Uptick sieht. Das ist durchaus auch eine Interpretation, wie man die ISM-Zahlen hier interpretieren könnte, die jetzt unter der Woche veröffentlicht worden sind. Wie gesagt, das ist im Hinterkopf zu halten. Ich würde es derzeit nicht überbewerten wollen, weil das sind keine wirklich neuen Erkenntnisse an dieser Stelle. Das wissen wir schon seit geraumer Zeit. Aber es wäre zumindest etwas, was dann eben hier im Hinblick auf den DAX beschleunigend nochmal auf der Unterseite wirken könnte. Also eigentlich sind schwache Zahlen, die jetzt veröffentlicht werden, aus den Non-Farm-Pay-Ris positive Aktien, denn sie reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass dieser kommunizierte, hawkischere Unterton eben dann auch wirklich in die Tat umgesetzt wird, seitens Powell vom US-Kongress. Also schwache Zahlen sind eigentlich positiv, aber wenn die schwachen Zahlen zeitgleich einen zunehmenden Inflationsdruck, das zum Beispiel anziehende durchschnittliche Stundenlöhne oder dergleichen implizieren, könnte das dann wiederum eher negativ auf den DAX durchschlagen, weil nämlich zeitgleich auf dieses eher stark inflationäre Bild ein Push, ein kurzer Spike in Zinsen auf der Oberseite mindestens nachvollziehbar wäre. Und das wäre etwas, was wie gesagt dann in dieser Konstellation eher für Equities bärisch wäre. Schauen wir mal. Also grundsätzlich, lange Rede, kurzer Sinn, ist es im Hinblick auf die Non-Fan-Payrolls und die Erwartungshaltung für Equities generell, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da habe ich ein gefühlt besseres, eine bessere Idee, wenn ich von Devisen spreche beziehungsweise von Gold, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Bei Equities ist das so ein bisschen, ja, mal liegst du richtig, mal liegst du falsch mit deiner Einschätzung oder der Interpretation. Wir lassen einfach die Zahlen auf uns zukommen, wir schauen uns das einfach an. Grundsätzlich bin ich übergeordnet, eher weiter positiv. Sehr günstig wäre, wenn wir mindestens nochmal heute im Laufe der kommenden Stunden eine Attacke auf die 450-500er-Region im DAX sehen, denn das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir in der nächsten Woche einen Bruch höher zu sehen bekommen, was dann auch mein insgesamt günstig skizziertes Bild in den Jahresschluss hinein eben nochmal unterstreichen würde. Schauen wir mal. Also im Hinblick auf den S&P übergeordnet handeln wir weiter innerhalb des Aufwärtstrendkanals. Wir haben gestern mal dann, nachdem wir hier diesen aggressiveren Flush gesehen hatten, nochmal vorgestern, am Mittwoch, auf der Unterseite, haben wir dann gestern mal zu einer Korrektur tatsächlich angesetzt und haben zumindest ein Teil dieser Abschläge haben wir wieder gut machen können. Ein erster positiver Schritt wurde dadurch auf den Weg gebracht, dass wir diese Region um die Tiefs, die wir am Dienstag ausgebildet hatten, das ist so verlaufend im Bereich ungefähr 4570 Punkte, dass wir oberhalb dieses Niveaus haben schließen können. Nicht substanziell, aber zumindestens mal potenzielle Bodenbildung, die hier so ein bisschen sich herauskristallisiert. Wir haben keine ernsthafte Rattacke auf die 4500 gesehen. Somit ist dieser Flushout, von dem ich gestern noch im Morningmeeting sprach, ausgeblieben, auf die untere Aufwärtstrendkanal bringen, was jetzt auch nicht wirklich dramatisch gewesen wäre, weil das CAV-technisch vielleicht sogar da nochmal ein attraktiverer Bereich für Long gewesen wäre. Wir haben diese Aufschläge ausgehend von dieser Gegenbewegung halten können. Man kann auch hier sehen, es gab nach dieser starken Opening-Vorstellung, also diesem starken Opening-Drive, einen kurzen Pull-In, wo wir dann allerdings auch ein höheres Tiefebend haben ausbilden können, deutlich oberhalb von 4500 Punkten und dann haben wir eben den Bereich der Tageshochs geschlossen. Das ist erstmal summa summarum solide. Jetzt gilt es dann an dieser Stelle als nächsten Schritt im Hinblick der Bullen einen Wochenschluss oberhalb von 4600 Punkten auf den Weg zu bringen und wenn das gelingt, dann könnte das auch eventuell schon das erste klarere Signal sein, dass diese ganzen kommunizierten Sorgen im Hinblick auf einen ähnlichen Kursverlauf, so wie wir ihn im Dezember 2018 zu sehen bekommen haben, einfach übertrieben waren und das dann aus dieser Perspektive eher weiter bullisches Momentum zu erwarten wäre. Wie gesagt, grundsätzlich würde ich sagen, das würde wahrscheinlich ja besonders auch ein tiefer Lauf, vielleicht sogar über die 4600 jetzt in den Wochenschluss und deutlicher Schluss oberhalb. Tiefer Lauf ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest ein deutlicher Entschluss oberhalb der 4600, dass hierzu natürlich dann eher schwache NFPs beitragen, aus den gerade skizzierten Umständen. Auch hier, wir warten einfach mal ab. Also wir haben die Level, wir haben die 475, diesen Bereich, oberhalb dessen wir uns halten wollen. Wir handeln gerade um dieses Level. Mal schauen, wie sich die europäischen Indizes jetzt noch präsentieren. Sollten wir zügig zur US-Eröffnung entsprechend dieses Level hier deutlich halten können, ähnlich wie gestern mit dem starken Opening Drive, den er auch heute zu sehen bekommt, der uns so über 4600 führt, dann wäre das etwas, was sicherlich auch für den DAX günstig zu werten wäre, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass wir in dem Bereich bis 4000, Entschuldigung, der Falle des DAX ist 15.450, 15.500 Punkte eventuell laufen, in dem Bereich schließen. Aber auch hier haben wir mal alle Dinge, die da kommen. Grundsätzlich ist ein erstes positives Signal, dahingehend, dass dieses Flushout-Moment und der Push unter die 4500er Marke MS&P ausgeblieben ist und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie wir uns in die Woche dann entsprechend präsentieren. So, ein Blick auf Gold. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Okay, einen Moment. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Grund nehmen würde. Frage, würde ich den deutschen Index, also DAX an der Stelle, beziehungsweise den österreichischen Index shorten. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Einen Moment. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Einen Moment. ATX ist das, ne? Ja. Ich glaube ja, der ATX, den habe ich jetzt nicht so viel Glück auf dem Schirm. also würde ich den ausgehen von dieser anstehenden Zwangsimpfungsdebatte, würde ich den shorten. Ich glaube, ich würde den ausgehend von diesem Grund nicht shorten wollen, weil das eher unterstreicht, meiner persönlichen Einschätzung nach, welchen Willen die Machthabenden offensichtlich haben. also jetzt mal sehr bildlich gesprochen. Auf mich macht das mittlerweile den Eindruck, als wenn das irgendwie von alleine gelassene Bluthunde sind, unsere Politiker. Also langsam wird einem so ein bisschen Angst und Bange, auch vor dem Hinblick der Rhetorik und auch der Selbstverständlichkeit, mit der ich ja beispielsweise Wahlversprechen, gebrochen werden. Und wir reden jetzt nicht davon, dass da irgendwie gesagt wird, wir machen keine Steuererhöhung oder machen wir eine Steuererhöhung, sondern wir reden an der Stelle eben von Zwangsimpfung. Also nichts anderes ist eine Impfpflicht. Also das ist das Wortklauberei, wenn man an diesen Herrschaften eben glaubt und auch mit welcher Selbstverständlichkeit dort Wort gebrochen wird. Das geht vielleicht sogar allen voran im Hinblick auf die FDP. Da wird ja jetzt argumentiert, man hätte dann irgendwie die Situation, hätte man, hätte sich irgendwie verändert. Ich weiß nicht, also ich kann mich daran erinnern, dass ich im Juli, glaube ich, war es, Juni oder Juli, also auf jeden Fall im Spätsommer und deutlich vor der Bundestagswahl, ganz flapsig mal im Kleinkreis sagte, also ich, wenn ich ein PR-Berater wäre für Politiker und würde jetzt beauftragt werden, eine Strategie zu entwickeln, wie ich möglichst viel, viele Leute dazu bewege, meine Partei zu wählen oder die Partei zu wählen, die mich da beauftragt hat, dann würde ich mich vor die Kamera stellen und würde mich ganz konsequent und ganz stringent gegen eine Impfpflicht unter meiner Regierung eben aussprechen und hatte dann zu dem Zeitpunkt auch ganz, ganz flapsig gesagt, ich wundere mich, dass die AfD noch nicht auf diese Idee gekommen ist, ehrlich gesagt. Dann wiederum kam mir aber relativ zügig im Anschluss gleich der Gedanke, dass ich mir dachte, naja, kommt so ein bisschen wahrscheinlich darauf an, wer da im Hintergrund lobbymäßig die Strippen zieht und da könnte ich mir vorstellen, dass eventuell dann auch so ein Farmer, Gigant, in Anführungsstrichen, ja eventuell auch seine Finger irgendwie über Umwege drin hat und dann eventuell das jetzt nicht so toll fände, wenn eben sich seine hauptsächlich finanzierte Partei da in irgendeiner Form gegen eine Impfpflicht so aussprechen würde, aber sehr einfach gesprochen habe ich genau das gesagt und ich bin überhaupt gar nicht überrascht, ehrlich gesagt, also kein Mensch ist überrascht, der sich die Entwicklung in Israel angeschaut hat, jeder wusste, was uns im Winter bevorsteht, es gab diverse Stimmen, auch seitens des RKI zum Beispiel, Herr Wieler, der in diesem Zusammenhang warnende Worte an Herrn Spahn gerichtet hatte, die Impfzentren zu schließen und dergleichen, also wer davon jetzt neuen Gegebenheiten irgendwie spricht, der ist ehrlich gesagt nicht wirklich vertrauenswürdig, nicht, dass Politiker das sowieso nicht werden, aber also lange Rede, kurzer Sinn, alles was wir jetzt zu sehen bekommen, ist so erwartbar gewesen für jemanden, der eben nicht in einer rosa-roten Börde durch die Welt läuft, sondern einfach mal die Boshaftigkeit der Politik beobachtet hat die letzten 18 Monate und deswegen bin ich da nicht wirklich überrascht, dass das kommt, was allerdings natürlich an der Stelle auch jetzt wieder offenbar ist und das ist das, worauf ich hauptsächlich hinaus will, weswegen ich deswegen nicht short für die Equity-Märkte wäre, es ist einfach mal ein sehr deutliches Zeichen, was seitens der Politik gesendet wird, was man willens ist zu tun, um das Volk zu beherrschen, in Anführungsstrichen, denn nicht anders, genau als das interpretiere ich diese Entwicklung, also das ist meine persönliche Einschätzung diesbezüglich. Es geht hier rein um den Machterhalt und aus der Konstellation würde ich nicht unterschätzen, welchen Willen dann auch nochmal seitens dieser Machthabenden, welcher Wille dort vorherrschen dürfte, entsprechende Equity-Märkte oder Aktien generell entsprechend eben auf hohen Niveaus zu stabilisieren, um hier den Unmut dann möglichst klein zu halten. Das wäre jetzt noch so ein, in Anführungsstrichen, Super-GAU, wenn jetzt auch noch diejenigen, in welchen betroffen wären, die schon irgendwie Wohlstand akkumuliert haben und infolgedessen einen Grund haben, in Anführungsstrichen stillzuhalten, weil sie sagen, naja, ich habe aber eher so eine Sorge, dass ich was verliere und deswegen begehre ich hier an dieser Stelle nicht auf, sondern küge mich einfach meinem Schicksal in Anführungsstrichen beziehungsweise meine Familie dann beispielsweise. Und in dem Moment, wo jetzt auch noch Turbulenzen an den Finanzmärkten auftreten würden und dann auch noch diese Menschen eben irgendwie in irgendeiner Form Einbußen zu verzeichnen hätten und dann eventuell aus dieser Perspektive sagen, naja gut, dann habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Das ist natürlich sehr einfach, der flapsig gesprochen, aber einfach, dass man so die Psychologie dahinter stellt, glaube ich, wird man vieles dafür tun, sprechen die Märkte auf hohem Niveau zu stabilisieren. Ganz besonders eventuell in Europa, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, so wie sie sich eben darstellt. Also deswegen würde ich an dieser Stelle eben nicht an der Stelle hier davon ausgehen, dass solche totalitären Strukturen, wie sie jetzt etabliert werden, dazu führen, dass die Finanzmärkte unter Druck geraten. Also da wird man schon Mittel und Wege finden, entsprechend eben die Märkte auf hohem Niveau zu stabilisieren. So, jetzt sind wir ein bisschen von Höchstern und Schlechstern gekommen, ein bisschen abgesperrt. Gold, Blick auf Gold. Also, weiter eine unglaublich schwache Performance, die wir hier zu sehen bekommen. Also nach dem Bruch jetzt dieser Trendlinie, die hatten wir ja als zunächst einmal möglichen Bereich für ein Long Engagement zum Thema gemacht, gehabt, vor einigen Tagen. Letzte Woche, glaube ich, haben wir damit begonnen, den Bereich zu thematisieren. Da dürfen wir jetzt definitiv von einem Bruch sprechen, ganz zu schweigen davon, dass sich hier auf der, also das ist übergeordnete Bilder unten der Daily, hier oben die Stunde, dass sich auch eine Abwärtsstruktur etabliert, fallende Hochs, fallende Tiefs an dieser Stelle, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. Das ist ein ganz klabierisches Umfeld, in dem wir uns jetzt hier entsprechend wiederfinden. und wo ich über kurz oder lang eher davon ausgehe, dass wir nochmal einen Flasch auch unter hier diesen Bereich um 1760 zu sehen bekommen. Eine Attacke gestern hat es schon bereits gegeben, Ziel dann in dieser Konstellation läge um 47, 57 ungefähr. Was natürlich jetzt interessant wird, wird in dieser Konstellation sein, wie sich dann die Non-Farm-Payrolls eben entsprechend hier niederschlagen werden. Grundsätzlich muss man sagen, solch ein stark relationäres Umfeld, wie ich es gerade skizziert habe, ist alles in allem eigentlich eher bullisch für Gold. Also, dass wir uns derart schwach präsentieren, also auch vor dem Hintergrund jetzt der jüngsten Kommunikation, der Sorgen aus wirtschaftlicher Perspektive, die ganz offen kommuniziert werden. Natürlich hat man da einerseits eben eine Sorge oder im Hinblick auf Gold nicht eine Sorge, sondern eben dann die Einschätzung, dass Zinsen kurzzeitig spiken, während die Inflation sich einigermaßen stabil präsentiert, was eine weniger negative Realverzinsung nach sich zieht, was dazu führt, dass eben dann Gold erstmal kurzzeitig unter Druck ist, aber langfristig ist das eigentlich ein sehr stark bullisches Umfeld für Gold. Umso überraschender, dass man jetzt nicht in der Lage ist, nachdem auch sich dann zeigen, zeigt hier im 10-jährigen Zins, machen wir den, da, dass wir ebenfalls Abgabedruck sehen und das ist im Bereich hier, der Septembertiefs beginnt zu stabilisieren, knapp oberhalb von 1,4 Prozent, das Gold darauf ebenfalls nicht bullisch reagiert. Auch hier schauen wir mal, grundsätzlich würde ich sagen, sollten die NFPs enttäuschen, sollten die unter der Erwartung besonders veröffentlicht werden und sollte das korrespondieren mit einem Flush in 10-jährigen Zinsen hier unter 1,4 Prozent, dann wäre ich in dieser Konstellation durchaus positiv. Könnt ihr mir vorstellen, dass es einen scharfen Bounce gibt, der uns in Richtung 1.790, vielleicht sogar in Richtung 1.800 zurückführt. Allerdings, wie gesagt, das setzt voraus, dass auf schwache NFPs auch wirklich der Zins an diesem Flush auf der Unterseite sieht. Sollten die NFPs schwach veröffentlicht werden und 10-jährige Zinsen sich nahezu stabil halten, weil das vielleicht größtenteils antizipiert wurde, also vorweggenommen wurde, könnte das dazu führen, dass wir hier nochmal einen Spike auf der Unterseite in Gold sehen. Also auch da schauen wir mal, wie sich das Bild darstellt. Schlüssellevel, wie gesagt, 7,60, sollten wir die unterschreiten, 7,45, dann ist nochmal weiterer Abgabedruck zu erwarten. Bei NFPs, die unter der Erwartung veröffentlicht werden, 785.790, allerdings nur für kurze Plays in Anführungsstrichen. Also grundsätzlich bin ich für Gold nicht mehr sonderlich positiv, aktuell jedenfalls. Ab der zweiten Dezemberwoche könnte das sein, dass sich das ändert, das Bild. Das müsste allerdings auch korrespondieren mit der entsprechenden technischen Voraussetzung, weil das ein saisonal eigentlich günstiges Umfeld ist. Begünstigt sicherlich dann auch durch die entsprechend zu erwartende US-Dollar-Spräche in diesem Zeitfenster. Grundsätzlich, wie gesagt, sieht das jetzt hier erstmal nicht mehr so positiv aus, besonders nachdem wir eben diese Trendlinie zunächst gebrochen haben und beginnen hier eine Sequenzfallende, Hochfallende, Tiefs eben zu entablieren. Stichwort US-Dollar. Kurzer Blick mal auf den Euro-US-Dollar. Der fängt an, sich so ein bisschen wieder zu stabilisieren. Also wir haben den Bereich jetzt so eine Inflection irgendwie um 1,13, um die wir uns hier stabilisieren. Heute früh kurzer Flaschma auf der Unterseite, aber alles in allem relativ unspektakuläres Umfeld soweit. Auch hier, also meine Tendenz geht wirklich in Richtung eher schwächere NFPs. Das ist natürlich entsprechend anzupassen, wenn man die Longside skizziert. Ich gehe jetzt mal in der These davon aus, dass diese eher unter der Erwartung veröffentlicht werden. Einfach durch die dann auch wieder nicht so imposanten ADP-Zahlen. Vielleicht hauptsächlich, so könnte man das jetzt mal grob skizzieren. Ich würde auch denken, das passt besser, wenn einfach den Willen, der sich irgendwie in den Worten meiner Einschätzung nach widerspiegelt, ganz besonders der FED beziehungsweise dann Jay Powells mehr Liquidität liefern zu wollen, weil man eben doch davon ausgeht, dass mehr Liquidität nötig ist, um das Spiel in Anführungsstrichen am Laufen zu halten. Das ist mal sehr plump gesprochen. Und demnach könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht schon der Wille besteht, auch seitens des Bureau of Labor Statistics vielleicht, einen etwas schwächeren Datensatz zu veröffentlichen. Also jetzt würde man sich fragen, meint der das ernst, dass da irgendwelche Zahlen manipuliert werden oder dergleichen? Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, und der Grund dafür, der findet sich ja auch an nachprüfbarer Stelle. Also wir müssen uns mal anschauen, wie die Zahlen, die nichts wert waren eigentlich, im letzten Jahr veröffentlicht worden sind, als dann immer so in einer Fußnote auf die entsprechenden Berichte im Grunde genommen gesagt wurde. Man weiß eigentlich gar nicht, wie sich die Situation wirklich am Arbeitsmarkt darstellt, ausgehend von den Corona-Verwerfungen und infolge eben der Umstände, dass da beispielsweise Hilfsgelder geflossen sind an Unternehmen, die dann, wenn sie bestimmte Arbeiter eben weiter auf der Payroll gehabt haben, also weiter bezahlt haben, eigentlich sich dadurch dafür diese Hilfsgelder qualifiziert haben und da konnte man ja durchaus schon den Eindruck gewinnen, dass diese Zahlen nicht wirklich real die wirtschaftliche Situation abbilden und demnach wäre ich nicht überrascht, wenn man jetzt im Gesamtkontext vielleicht dann da zwei, drei Stellen in Anführungsstrichen hinten runterfallen lassen würde. Also so weit ist es schon, dass ich da noch nicht was glaube, dass das, das sind zwar offizielle Zahlen, aber nicht wirklich die wirtschaftliche Situation abbildende Zahlen und ich könnte mir irgendwie, das ist ein Gefühl, vorstellen, dass infolgedessen die NFPs eher unter der Erwartung veröffentlicht werden. So wäre, also käme es tatsächlich so, dann wäre das natürlich etwas, was wie gesagt, gerade eben skizziert, besonders wenn der Zins unter 1,4% rutschen würde. Für Gold Bullish wäre zeitgleich hieße das auch, dass das für in dem Fall hier den Euro-US-Dollar eher Bullish wäre, US-Bärisch wäre also folglich, dass es dann vielleicht so eine Push in Richtung der 1,13-70er-Region hier in dem Bereich um die Hochs kommen könnte. Mit dessen überwinden wir dann vielleicht auch eine tiefere Korrektur in der Lage sind auf den Weg zu bringen, der uns vielleicht in Richtung früher oder später dann hier dieser oberen Abwärtstrend-Kanalbegrenzung führt Richtung 1,15. Ändert allerdings nichts daran, dass das übergeordnete Bild für den Euro-US-Dollar hier innerhalb dieses Abwärtstrends weiter short bleibt. Also das ist zwar jetzt saisonal begünstigt besonders, mal kurz ein Modus, besonders wenn wir uns oberhalb von 1,13-70 vielleicht dann konsolidieren können, dass wir eine ausgeprägte Korrekturbewegung sehen, aber übergeordnet bleibe ich für den Euro dennoch sehr, sehr skeptisch und eher short. So, also das zum Euro-US-Dollar, das zu Gold, Equities, 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 natürlich. Also zunächst einmal einen Blick auf Snowflake, einen Augenblick. Guck mal kurz, kurz in meinen Schöpf, Box. Okay. Snowflake war gestern nicht so leicht handelbar in Anführungsstrichen. Also ich habe tatsächlich, ich habe keinen Trade gemacht, obwohl meine Einschätzung und mein Gameplan eigentlich ganz passabel waren für ein Play. Und zwar hier, in dem Zeitfenster ganz besonders. Also erst eine halbe, dreiviertel Stunde des Handelstages. Ich habe meine Level da noch ein bisschen angepasst gehabt. Ich hatte die 3,45 als Ziel, habe die nochmal runtergenommen auf die 3,40 beziehungsweise 3,42 war es ganz besonders. Die haben auch dann relativ gut funktioniert. Was mich allerdings davon abgehalten hat, Snowflake zu traden, war, dass das ein echt Spready Treiben war. Also ich meine, klar, wir haben eine Aktie, die handelt bei über 300 Dollar. Da erwarte ich jetzt nicht, dass wir irgendwie einen Cent Spread haben oder dergleichen. Aber diese Spreaderweiterung und das Spread zusammenziehen, das hat einfach mir signalisiert, dass nicht ausreichend Liquidität vorhanden ist. Wenn ich hier mit einem Risiko von maximal 20 Prozent ATR, also in den Bereich so um die 3 Dollar maximal willens bin, in den Trade zu gehen, da weiß ich gar nicht, ob ich den Fill überhaupt dann zu den 3 Dollar kriege oder nicht eventuell 4, 5 Dollar tatsächlich sogar dann Risiko in dem Trade habe. Und das hat dazu geführt, das ist auch ganz gut, das passt relativ gut, weil das korrespondiert nämlich hier mit den Ausführungen, die ich gestern noch zur türkischen Lira eingefügt hatte. Also hier der Dantschi, der hatte hier eine Frage gestellt zu den aktuellen Entwicklungen, die wir hier in der türkischen Lira eben zu sehen bekommen. Und ich hatte dann in diesem Kontext eben geschrieben, dass ich das ungerne handeln wollen würde. Aus diversen Gründen, einer eben im Hinblick ganz besonders in Bezug auf, dass das nicht die wirklich gegebene Möglichkeit, das Risiko kalkulieren zu können. Ich bin da nicht weiter in die Details gegangen hier, aber tatsächlich das, was ich jetzt ausführe, das hatte ich noch im Hinterkopf. Ich hatte überlegt, ob ich das noch schreibe und dann dachte ich mir, ach nee, ich kann hier im Morning nicht präsentieren. Und das ist genau der Grund, weswegen ich da gestern keinen Trade gemacht hatte. Ich hatte wirklich tatsächlich schon vor Beginn des Handels alles vorbereitet. Also im Grunde genommen, es wäre für mich nur noch ein Mausklick gewesen, eigentlich den Trade abzusetzen. Ich hatte die 3,42, hatte ich eingegeben als Limit, hatte dann entsprechend auch schon einen 3-Dollar-Stop an dieser Stelle mit eingetragen und so weiter. Natürlich anpassbar, logischerweise. Also wenn ich dann sehe, dass ich auch mit einem kleineren Risiko in den Trade komme, dann würde ich die Order zwar so eingeben, aber würde den Stop entsprechend sofort anpassen, wenn die Order dann in den Markt gegeben ist. Und also wir haben dann gegen die 3,42, besonders hier, das war so nach 10, 15 Minuten, haben wir uns eben halten können, beziehungsweise 3,40 und haben dann den Rebit der 3,42 gesehen. Ich hatte wirklich in diesem Bereich geglaubt, glaubt nicht, sondern überlegt, mich long zu positionieren mit einem Stop tatsächlich dann von 3 Dollar und das wäre auch unterhalb dieser Tiefs hier gelegen. Und erstes Ziel wäre die Inflection gewesen, so ungefähr um 3,50. Da kommt jetzt, also wenn ich hier in diesem Bereich den Trade eingehe, erreichen wir die 3,48 Geld, dann kommt nochmal ein Bounce, der hätte mich wahrscheinlich rausgeholt, weil ich zwischenzeitlich, wenn ich hier dann gegen die 3,42 Long bin, da liege ich ja 6 Dollar vorne auf den Trade, das sind zwei R, da kann ich legitim den Stop nachziehen. Hätte dann in dem Fall wahrscheinlich den Stop Out gesehen, in dem Moment hier vielleicht, wenn ich sehe, dass dieses Level erneut gehalten werden kann, nochmal ein zweiter Versuch, 3,42 mit Stop 3,39, in dem Fall also 3 Dollar und dann laufen wir in Richtung 3,50, die ich dann übrigens als meine Inflection hatte, wo ich eine Teilgewinnmitnahme auf den Weg gebracht hätte. Anders formuliert, also das wäre jetzt nicht der Jahrestrade geworden, aber es hätte zumindestens mal sich profitabel, wäre sich das ausgehend von den formulierten Leveln eben da ausgegangen. Aber, und das ist genau der Punkt, ich habe mich eben dagegen entschieden, den Trade zu machen, weil ich nicht wirklich das Risiko kalkulieren konnte. Also das war wirklich echt spready und das ist auch etwas, eine Information, die ich für heute mitnehmen würde, auch wenn sich die Aktie für ein sogenanntes Second Day Play qualifiziert. Und wie mache ich das? Wie komme ich auf Second Day Plays? An der Stelle möchte ich Folgendes sehen, ich möchte sehen, dass die Aktie erstmal einen starken Earnings Release hatte, das hatten wir ja, und dann auf diesen starken Earnings Release hat die, in dem Fall ist es dann dieses Gap gewesen, ja, das ist ein klares Signal zum Schlusskurs hier von, mal kurz rechnen, Mittwochabend war es, zum Schlusskurs gestern die Eröffnung, die lag hier deutlich mehr als 10% im positiven Territorium. Wir sehen so einen leichten Flashout-Moment dann, nachdem die 3,39, 3,40 hier droppt, sehen wir eben einen kurzen Flash, Teil Gap Close, aber das Gap kann dennoch gehalten werden. Das ist eigentlich ein starkes Signal und ist nochmal ein stärkeres Signal, wenn ich dann ausgehend von diesen Tiefs hier um 3,25 eben ein Close zu sehen bekomme, dort im Bereich der Tageshochs, also von dort nochmal 35 Dollar anziehe, auf den Tageshochs eben tatsächlich schließe, das sieht dann auch hier, besonders wenn man sich die übergeordnete Konstellation anschaut, diesen Aufwärts-Trend-Kanal, äh, Aufwärts-Trend-Linie, die hatten wir zum Thema gemacht, gesagt, das könnte sogar längerfristig auch ein interessanter Bereich sein, gegen den wir hier an dieser Stelle uns Long positionieren. Wir sehen den Bounce, wir sehen den Close, wir sehen jetzt eine tiefgrüne Kerze in dem Zusammenhang und, naja, also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben also eine ATR und mehr als Move gesehen, tatsächlich von den Tagestiefs hier rauf zu den Tageshochs, 35 Dollar, die ATR für Snow liegt bei etwas mehr als 15 Dollar, mittlerweile 16 Dollar, glaube ich, gestern ist die ein bisschen angezogen, hier, Moment, Snow, ja, jetzt sind wir, okay, jetzt sind wir bei 19 Dollar, 19,72 ist es an der Stelle, ich hatte gestern in meinen Aufzeichnungen, dann hatte ich, hängt auch ein bisschen von der Aggregation ab, jetzt habe ich gerade gesehen, ich glaube ich 16 oder 17 Dollar, Pi mal Daumen, aber egal, zweifache ATR ist es auf jeden Fall, die hat, also dieses Kriterium ist erfüllt, wir sind innerhalb 25 Prozent dieser Tageshandelsspanne, haben wir den Schlusskurs zu sehen bekommen, so, haben wir den Schlusskurs zu sehen bekommen in diesem Bereich und sehen sowieso Elevated Volume an der Stelle, fünffach so hoch wie durchschnittlich gehandelt, durchschnittlich gehen in Snow 3,18 Millionen um, gestern 15 Millionen, natürlich auf die Earnings gehandelt worden, aktive, heiße Aktie eben an dieser Stelle, so, dadurch sind die Kriterien für so ein Second Day Play erfüllt an dieser Stelle und ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine Attacke und auch ein Break über die 3,70 stattfindet, wir können übrigens mal kurz Folgendes machen, ich habe noch gar nicht in der Vorbörse geguckt, wo wir da stehen, ja, wir können die nahe halten, also nahe zuhalten in diesem Bereich hier, um 3,60 ist es Pi mal Daumen, also, lange Rede, kurzer Sinn, Snow ist ein potenzieller Kandidat für die Long-Seite, besonders wenn wir diesen Bereich hier um die 3,70 rausnehmen auf der Oberseite, kann ich mir vorstellen, dass wir bis zum Gefälle um 3,80 vielleicht sogar höher laufen, abhängig natürlich, wie wir dann zum WeWork besonders traden und dergleichen, aber das sollte man auf jeden Fall so im Hinterkopf behalten, also sehr, sehr starke Guidance ausgegeben, starke Wachstumsaussichten trotz des hohen Konkurrenzdrucks in dem Bereich, in dem sie sind, Cloud Computing, also AWS beispielsweise von Amazon, dieser Cloud Computing-Bereich beziehungsweise Google und so weiter, also ein sehr, sehr hart umkämpftes Geschäft und Snow hat eben einen sehr, sehr soliden Wachstumsausblick eben in Aussicht gestellt, der die Aktie durchaus von Interesse werden lässt, dann heute nochmal für einen Drive auf der Oberseite, besonders relativ stark sich vielleicht sogar die Aktie dann präsentiert im Gesamtkontext, wenn man sich eben das übergeordnete Bild anschaut und sollten wir dann zum Beispiel im S&P oder auch im Nasdaq nach den jüngsten Abschlägen eben dann beginn, ein bullisches Momentum aufzunehmen. Doku sieht da ganz anders aus, Doku sieht da dahingehend nämlich anders aus, beziehungsweise, nochmal kurz abschließend, zu Snow, was aber zu berücksichtigen ist, ist eben der Spread und die eher illiquiden Gegebenheiten, also das bedeutet, wenn man es spielt, dann würde ich jetzt nur mit reduzierter Positionskürze wirklich handeln wollen, weil ich ausgehend von der gestrigen Beobachtung nicht so wirklich sicher bin, ob das so ein attraktives Umfeld ist oder ich formuliere es mal anders, wenn wir gestern schon hier das durchschnittlich fünffache Volumen zu sehen bekommen in der Aktie infolge der Earnings und ein entsprechendes Interesse und jetzt eben heute Second Day Play haben, wo aber die Liquidität potenziell ausdünnen dürfte, weil das Interesse natürlich der Markteilnehmer vielleicht dann entsprechend versiegt, könnte es sein, dass es nochmal ein bisschen hakeliger sogar wird und das ist etwas, was mich da so ein bisschen skeptisch werden lässt, ob sich das Trading technisch so angeht oder attraktiv darstellt eben. Bei Doku könnte es etwas anderes sein. Doku hat allerdings dahingehend das Problem, dass die nicht einen bullischen Ausblick haben, sondern eher einen bärischen. Das ganze Bild, was wir hier skizzieren, können wir ad acta legen. Die Aktie, die wird im Bereich ihrer Allzeit-Tiefs wird die hier eröffnen, irgendwo um 160. Warum? Weil Doku sahen gestern eine ganz schwache Earnings, einen ganz schwachen Earnings-Release im Hinblick auf die Guidance ausgegeben hat. Also Earnings selber waren gut. Also Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, 58 Cent gegen 46 Cent erwartet. 545,5 Millionen gegen 531 Millionen erwartet. Revenue ebenfalls solide. Ja, nur das Problem ist eben, dass man hier zum einen eine niedrigere Guidance ausgibt für die weiteren Wachstumsaussichten. Also ganz kurz, wer ist Doku-Sign überhaupt? Das ist wichtig vielleicht, damit wir es wissen. Also der eine oder andere nutzt es vielleicht, deswegen, aber was sagt der Name eigentlich schon? Doku-Sign, um was geht es hier an der Stelle? Es geht darum, Dokumente zu unterzeichnen. Das würde man sagen, aha, daraus kann man ein Geschäftsmodell machen. Na, das soll man gar nicht mal, ne? Also US-Mechanisches Unternehmen bietet Firmen die Möglichkeit, Verträge digital bereitzustellen, diese per elektronischer Signatur gegenzuzeichnen zu lassen und die Vereinbarung zu archivieren. 820.000 Kunden global in über 180.000 Kunden global in über 180 Ländern. Seiten, also bei mir ist es tatsächlich üblich, wenn ich Verträge schließe oder dergleichen mit Auftraggebern, nutze ich Doku-Sign oder die nutzen Doku-Sign oder ich nutze Doku-Sign, je nachdem. Und, also durchaus aus dieser Perspektive starken Wachstumsausblick. Unternehmen, man kann es hier erkennen, IPO-te, meines Wissens nach, tatsächlich im September letzten Jahres. In diesem Zusammenhang war da durchaus ein sehr günstiges Marktumfeld. Sehr starken Run zu sehen bekommen, ab Mai ganz besonders hier. Marktkapitalisierung infolgedessen so auf zeitweise deutlich über 50 Milliarden US-Dollar eben tatsächlich gestiegen gewesen. Ja, und jetzt reduziert sich eben dieser Wachstumsausblick mehr und mehr und mehr und mehr, weil eben dann doch Spekulationen aufkommen, dass es zu einer Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal kommt, beziehungsweise, dass vielleicht die Vorschusslorbeeren ein bisschen sehr groß waren, die man dort eben im Hinblick auf die Wachstumsaussichten entsprechend eben der Firma zugestanden hat. Und, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme mal ganz kurz hier auf den Weekly. Mal kurz gucken. Also, das Unternehmen, das gab es schon vorher. Ja, das gab es schon vorher. Das ist, hier, das ist schon in 2018 an die Börse gegangen, nur hier bei Markets. Deswegen ist die Kurshistorie auf September 20 beschränkt. Es sind gar keine Allzeittiefs. Also, hier sind es, es sieht nach Allzeittiefs aus, aber da kommt man nur zurück. Da habe ich mich, da habe ich jetzt gehört, das stimmt nicht, dass die Aktie, die hat schon mal substanziell tiefer gehandelt, hat ein starkes Momentum natürlich gesehen, Wachstumsaussichten und dergleichen durch im Stay-at-Home. Jetzt sind wir unter diese Konsolidierungstiefs, aber hier gerutscht. Also, unterhalb derer wir hier eröffnen werden. In dem Bereich, das können wir auch hier sehen, das sind zwar keine Allzeittiefs, aber nichtsdestotrotz ist das eine wichtige Unterstützungsregion, die bis dato diese Aufwärtsbewegung intakt gehalten hat und diese ist jetzt definitiv gebrochen. Also, dieser starke Wachstumsausblick, besonders hier, den wir über 20 dann ab März, April, Mai so gesehen haben, 2020, der wird jetzt eben größtenteils wahrscheinlich korrigiert werden und das einiges an Abschlagspotenzial, eventuell durch diese niedrige Guidance. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, potenzielles Earnings Play von der Short-Seite gilt ganz besonders dann in dem Moment, wo wir so, jetzt hier, nicht über 170 zurücklaufen. Das könnte dann in der Nachbörse, könnte das ein ziemlich, oder ist es schon vielleicht sogar tiefer, 165 hier, ist das ein Level, unterhalb dessen wir eher die Short-Seite favorisieren sollten, wo ein tiefer Lauf unter die 160 erwartet werden sollte. Auch bei Doku-Sign gilt es allerdings ein bisschen vorsichtig zu sein. Also, die Aktie, hier haben wir einmal den Pre-Market-Screener von MarketWatch, die wird zwar jetzt schon sehr aktiv gehandelt, 111.000 Stücke, die da bis dato umgegangen sind und es sieht nicht danach aus, dass sich hier irgendwie ein Bounce abzeichnet oder dergleichen. Also, das könnte durchaus ein ähnliches, dramatisches Ausverkaufsszenario auch in den Folgetagen geben, wie zum Beispiel in Zoom oder auch in Peloton, die sich bis dato nicht wirklich haben, erholen können nach ihren eher nach unten revidierten Wachstumsausblicken. Also, weiteres bärisches Potenzial. Das, was eben jetzt hier in diesem Zusammenhang ein bisschen berücksichtigt finden muss, ist, das durchschnittlich gehandelte Volumen liegt bei 2,28 Millionen Stücken, also nochmal niedriger als bei Snowflake. Das könnte also auch ein etwas spreadigeres Umfeld werden. Vielleicht, weil die Aktie nicht so schwer ist, um 150, 160 Dollar, vielleicht ein bisschen mehr Interesse nach sich ziehen, aber durchaus auch etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Also, wir haben zwar einerseits einen Play, welches sich hier auf der Short-Seite formulieren lässt, unterhalb, wie gesagt, der 165. Ziel, deutlicher Lauf unter die 160, an der Stelle vielleicht sogar Lower 150s, also das heißt, 150 bis 155, vielleicht sogar ein Bereich, den wir anlaufen können. Nichtsdestotrotz sollte man im Hinblick auf die Positionsgröße ausgehend von diesem eher spreadigeren Umfeld vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen. Das nicht zu aggressiv traden. Sofern wir uns oberhalb von 170 besonders stabilisieren können, ist die Short erstmal vielleicht vom Tisch. Also, das ist etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten. Mir gefällt eigentlich die Lunge-Seite im Gesamtkontext besser. Deswegen ist eigentlich Snowflake auch besonders vor dem Hintergrund der Earnings und Guidance ein attraktiverer Kandidat, besonders im übergeordneten Markt. Aber ein Short-Play ist an der Stelle eben eventuell ein bisschen trickier. Einfach deswegen, weil wir bei solch einer Korrekturbewegung, die wir im übergeordneten Markt sehen, dann vielleicht den Abgabedruck auch dämpfen im Hinblick hier auf das weitere Abwärtspotenzial in Dokum. Nichtsdestotrotz. Also, wir haben es gesehen. Ich mache das mal ganz kurz hier noch auf. Python Peloton und Zoom nach ebenfalls schwachen Earnings oder besonders Guidances hat sich Peloton von diesem damals dramatischen Gap Down nie wirklich erholen können, sondern hat er noch weiteren Abgabedruck gesehen. Stößt sich nicht wirklich hier stärker ab gegen diese Niveaus. Zoom sieht ähnlich schwach aus, wenn wir es hier mal anschauen. Die Aktie hatte kurzen Bounce gesehen, ist aber jetzt dann, nachdem es gegen 2,30 wieder übergerollt ist, sehr deutlich unter die 200er Marke gefallen. Also, das ist wirklich ein nicht schönes Umfeld, in dem sich diese Wachstumstitel, die eben diese massiven Wachstumsraten in 2020 gesehen haben und in Folge diese aberwitzigen Läufe produziert haben, haben, ja, also, die sind ein bisschen sehr ahead of themselves gelaufen. Und, das bedeutet, etwas anders formuliert, also, wir haben jetzt hier tiefe Korrekturen, die sich vielleicht dann auch in Titeln wie Doku widerspiegeln könnten, wo wir in Doku eventuell ein bisschen Gefilde dann verkauft werden, zurück, vielleicht sogar in die 120er Gefilde oder dergleichen, sollte sich dieses bierische Momentum fortsetzen. Also, von der Long-Seite sind das eher unattraktive Kandidaten derzeit. Der Abgabedruck könnte aber in Doku ein bisschen nachlassen, sofern wir wieder über die 170er Marke laufen. So, das also zu den Einzeltiteln, die heute interessant sind. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, muss ich mal kurz überlegen an dieser Stelle, ob wir alles haben, aber ich glaube schon, ich glaube, ich glaube schon. Wir können auch mal kurz einen Blick werfen auf Bitcoin vielleicht, unser Szenario, was wir gestern hier skizziert hatten, bis jetzt noch nicht getriggert worden, positiv mit Sicherheit, dass wir zumindest jetzt, so wie es hier erstmal den Anschein macht, diese Region haben halten können, um roundabout 6, vielleicht ein bisschen tiefer, 55.500 ungefähr, also die untere Range-Begrenzung, die hält. Nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt hier noch nicht long sein, beziehungsweise, man könnte es auch so gehen, also mutigen gehört die Welt, könnte man sagen, aggressiv, ein erster Long, hier gegen das Halten dieser Region, jetzt aus dem aktuellen Bereich, mit einem kleinen Risiko-Stop unterhalb dieser Range-Begrenzung und dann wäre natürlich das Ziel, diese Position weiter aufzustocken, sollte dann der Bruch über diese blaufarben Linie stattfinden, also die Rückeroberung der 59.000 stattfinden. dadurch, dadurch, dass ich hier den Entry natürlich wähle, hätte ich einen besseren Average für die Position logischerweise, wenn ich jetzt hier die 56.800, machen wir es rund, machen wir 57.000, wenn ich die jetzt kaufe und dann die zweite Position bei der 59 draufstocke, habe ich einen Durchschnittspreis von 58 statt von 59.000, was natürlich mein Risiko hier für den Trade reduzieren würde, wenn ich den Stop unterhalb der Range lege bei 55.800, 55.500 ungefähr, würde das CRV grundsätzlich natürlich für den Trade verbessern. Ja, ja, also grundsätzlich schauen wir mal, ob der Breakout erfolgt, sobald wir unter eben dieses Niveau 55.500 rutschen würden, wäre nochmal ein tieferes Eintauchen denkbar, welches unsere Gefilde bis 52.000 dann in Bitcoin eben tatsächlich führen könnte, führen dürfte. Und ja, soweit wäre es das tatsächlich meinerseits im Wochenende Schluss erstmal gewesen. Also, Einzeltitel heute, US-Wandel, Snowflake und Doku-Sign. Wie gesagt, ein bisschen Vorsicht, weil die vielleicht nicht ganz so attraktiv tradbar sind durch die etwas Spreadiness, also einen etwas breiteren Spread haben, weil die nicht so viele Stücke umgehen sehen, tatsächlich beziehungsweise nicht so aktiv gehandelt sind. Gilt nochmal ganz besonders für Snowflake, auch wenn die Aktie sich für ein potenzielles Second Day Play eben qualifiziert. Schauen wir mal, was die US-Equities uns zeigen. Schauen wir mal, ob der DAX einen Versuch startet, nochmal den Bereich um 15.450, 15.500 anzulaufen. Sieht derzeit jedenfalls nicht so aus, also derzeit rollen wir eher wieder über und beschleunigen nochmal hier auf der Unterseite. Mal ganz kurz, zack, das ist ein Minutenschart, machen wir einen 5-Minuten-Chart. Also der bärische Modus, den ich hier skizziert hatte oder den ich auch schon heute früh tatsächlich erwähnt hatte, hier in meinem Post, da kann man sehen, Infraider erstmal short, erstes Ziel bei aufkommender Abwärtsdynamik um 15.2. Also in dem Bereich scheinen wir uns jetzt erstmal vorzubewegen. Gucken wir mal, wie sich die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Grundsätzlich bin ich weiter eher positiv, aber da müssten sich die Bullen auch langsam mal zeigen, tatsächlich. Und ja, 14.30, Not-Farm-Payrolls, wie gesagt, ganz interessant, Gold, mal schauen, eher schwache, wie es erwartet, persönlich ein Gefühl, irgendwie, dass das da eher ein schwacher Datensatz über den Ticker läuft, was Gold zurück in Richtung 7.85, 8.97 befördern könnte. Fisch an auf. Und betrachten wir es entsprechend nach dann am Montag, welchen haben wir dann eigentlich, den 6. Das ist Nikolaus. Schön. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf, was Stopps auf, habt ein schönes Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und so weit meinerseits. habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss.